Und ein Moinzen zum neuen Podcast. Wir reden über Freiburg, Pokal und dann natürlich, wir haben ja quasi keine Winterpause. Leipzig, Samstagabend, quasi das Topspiel vom Topspiel, ist ja quasi das 20-30-Spiel. Ganz, ganz wilde Nummer. Ja, also ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, das war kein spannendes Spiel. War es nicht. Wir gewinnen einzelnen Pokal gegen Freiburg, die über lange Strecken sehr, 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 sehr schwach waren. Aufstellung, ja, konnten wir so machen. Bredlow im Tor war auch klar. Jetzt ohne irgendwie riesig zu kritisieren zu wollen, aber wir können uns, glaube ich, schon sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir da einen Kobel haben, der bei uns den Stammkeeper spielt. Da waren schon ein, zwei Fehlerchen drin. Sonst auch schon, war ja so in Ordnung, kommt man da so von ausgehen. Wadmacki Tuka zum Beispiel hat seine Pause bekommen, von dem ja alles da recht entspannt. Spiel war über das komplette Spiel eigentlich stinkend langweilig, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also ich glaube, für neutralen Fußballer war das nichts. Neutraler Fußballer, neutraler Fußballfan war das nichts. Goldene Tor schießt Kalejcic in der 15. Minute. Einfach wunderschön rausgespielt an Kalejcic. Der vollendet halt einfach. Das ist einfach ein eiskalter Stürm, den wir vorne drin haben. Freiburg war auch vor allem in der ersten Halbzeit sehr, 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 sehr schwach. In der zweiten kam es ein bisschen besser. Da haben wir so eine Zeit lang ein bisschen sogar ums Gegentor gebettelt. Haben es zum Glück nicht bekommen. Hatten auch so zwei, drei kleinere Chancen auf ein 2 zu 0. So ein Schuss von Mangala zum Beispiel. Aber hat eigentlich keiner mehr irgendwie ein Tor verdient. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, in Ordnung, weil Freiburg einfach über zu lange Strecken nicht das gespielt haben, was sie spielen können. Sei es drum, sind wir glücklich drüber. Ein Pokal weiter ist immer schön. Hier 5 zu 3 Chancenverhältnis. Ja, 13 Torschüsse, Freiburg 12. War, doof gesagt, ein aussäglichen, langweiliges Spiel, was wir gewonnen haben. Schönes Ding. Auch der Brüch war in Ordnung als Chiri. Da hat man auch schon ein bisschen Angst immer wieder, wenn man solche Namen liest, die ja nicht unbedingt im besten Sinne mit dem VfB verbunden sind. Und dann haben wir hier noch ein paar Tweets. Wir haben jetzt eine relativ lange Auflistung. Hier vertikal passt. Wir hoffen, Fans und Mitglieder bleiben hier auf Ballhöhe. Und Thomas Hitzesberg und Klaus Vogt sind sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für das positive Bild des VfB schon in den letzten Monaten bewusst. Das ist ganz ruhig, das jetzt zu lesen, weil ich sammle halt immer. Ich schicke mir Artikel quasi selber auf WhatsApp und sammle die dann immer für die jeweiligen Podcast-Folgen. Ich hoffe mal, dass die wieder alle reinpassen in die Videobeschreibung. Ich glaube schon, es sollte noch klappen, da wir das Thema, was mir jetzt hier gerade in den Kopf kam, natürlich noch hinten lassen. Ich nehme jetzt hier gerade relativ genau um 17 Uhr am 30.12. auf, geht auch heute noch online. Und da habt ihr ja bestimmt auch schon gelesen über den VfB die ganze Thematik von Hitzesberger kandidiert. Laut Kicker, laut SWR, also relativ safe, laut sehr, sehr sicheren Infos als vierter Kandidat in der Präsidentschaftswahl. Weil die dann 18. März, auf jeden Fall im März, aber ich glaube, es ist der 18. März und kandidiert quasi dadurch gegen Vogt. Aber das werde ich jetzt hier nicht besprechen, weil das schon alleine genug einnimmt, was hier kommt. Wenn ich das dann irgendwie bespreche, also je nachdem, wie lange diese Dauer ist, kann auch sein, dass es dann entweder eine Extra-Folge wird, nur über Präsidentschaftswahl quasi, nur über den Move von Hitzesberger, der jetzt nicht unbedingt gut ankommt online. So viel sei mal vorweg gesagt. Oder es passt hier noch rein, je nach Länge halt, ne? Gehen wir mal die Tweets zum Spiel durch. Nach dem Tweet hier noch ein, na, jetzt kommen halt natürlich die ganzen Gerüchte, ne? Wir haben jetzt bald wieder Transfer-Fans, jetzt kommen die ganzen Gerüchte wieder. Nächstes Talent, VfB hat Alinwi auf dem Zettel. Na, potenzieller Mangala-Satz von der Position her, aber braucht man nicht viel Zeit zu verschwenden, weil einfach noch nichts Engeres dran ist. Dann hier, bin immer noch beeindruckt, wie sicher wir uns hinten unter Druck rauskombinieren. König Sasa hat das letzte Wort im Fußball 2020. Schön. Aber Leute, werdet ihr das Anfang des Jahres gedacht, dass wir auf Platz 7 in der Bundesliga stehen, in der dritten Runde des Tiefpupokals stehen und dazu eine geile Mannschaft auf dem Platz haben, der es Spaß macht zuzuschauen. Was für eine Entwicklung in 2020. Respekt. Kann man nur so unterschreiben. Dann auch hier, schönes Ende des schwierigen Jahres 2020. Danke Rino, danke Sven, danke Hitz, danke Klaus, danke Mannschaft. Ja, verfasst am 30. Dezember, ne? Ist ja ein bisschen ein Herzeit-Pokalspiel. 2020 ist noch nicht ganz vorbei und die Meldung kam trotzdem noch. Wir haben halt einfach ein Selbstzerstörungs-Gen im Verein. Auch nett, dass ich hier noch einen Tweet rausgesucht hatte vom Vogt hier. Keine Sorge, für das operative, sportliche Geschäft haben wir erstklassige Fachleute. Es ist weder nötig, noch meine Aufgabe, mich dort einzumischen und das habe und werde ich auch nicht. Frohe Weihnachten, auch nach dem Pokalspiel. Weil wir da noch ein bisschen in diesem Ding waren, stimmt das? Haben Hitz und Vogt, welchen Problem miteinander? Stimmt das überhaupt? Scheinbar ist da ja schon ein bisschen was Wahres dran. So, um ehrlich zu sein, habe ich ins rechte Eck gezielt, weil Muskerleitsch lieben. Das war aber ein geiles Interview von ihm. Ich wollte eigentlich rechts unten reinschießen, aber Hauptsache drin, ne? Und dann hier halbe Stunde drin, zwischendrin kurz kotzen, wie sonst in der Kreisliga. Das war ja die Aktion vom guten Klimovic. Dann hier ist auch nett, Kicker. Bisherige Kicker-Elf der Saison haben wir. Ich gehe nochmal durch, aber ich meine, es ist nur einer gewesen. Silas Warman-Gituka nämlich. So stimmt es auch. Silas haben wir drin. Der schafft es auch überall rein. Und hier vom Kicker, diesmal Instagram-Post. Die beiden Dauerläufer im Mittelfeld sind für ihre Trainer nicht zu ersetzen. Hier, Eggestein sowie Endo sind die einzigen Spieler in dieser laufenden Bundesliga-Saison, die noch keine Minute verpasst haben und halt nicht Verteidiger oder Torhüter sind, ne? Also richtig, richtig stark. Endo und Mangala in der Mitte sowieso. Wahnsinn. Dann hier Arsenals Balogun im Gespräch beim VfB Sugar. Auch wieder vom Kicker, ne? So kann man da so ein bisschen schon von einer guten Quelle sprechen. Das wäre ein weiterer massiv dicker Deal, den ein Missintat bringen könnte. Der war ja bei Arsenal ein Riesentalent bei Arsenal, der es schon auch echt gut drauf hat. Einen, den man auch so ein bisschen bewerten kann, weil er schon ein bisschen Luft geschnuppert hat bei Arsenal in der ersten Mannschaft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Auch Liverpool ist an ihm dran. Arsenal möchte ihn verlängern, ne? Die haben ja auch gerade so ein bisschen einen, äh, quasi einen Talentedrang, ne? Martinelli, Smith-Rowe und so weiter. Ich verfolge so ein bisschen Arsenal. Ich habe so ein bisschen Sympathien für die, ähm, hauptsächlich aufgrund von diesem Arsenal-Fan-TV. Ähm, die haben ja schon so ein bisschen Talentedrang, ne? Also mal gucken, ob der nicht bei denen verlängert. Aber das wäre ein richtig dicker Fisch, den man halt einfach als Ersatz holen könnte für ein González, für ein Silas. Wer weiß. Dann hier Sportbild, ne? Der Artikel, Matarazzo ist ein Glücksfall für den VfB, ne? Weiterhin quasi die Liebe zwischen Missintat und Matarazzo. Und die Liebe, die es ja scheinbar im gewidmeten Verein gibt. Oder halt auch nicht. Ähm, nochmal ein Artikel festgehalten. Dann hier wieder ZDF auf Instagram. Spiel du es mit den meisten Saison-Skorer-Punkten. Sind wir auf Platz 3. Also geteilter Platz 3. Ähm, Wamakituka und Kalajic im Verbund kommen auf 18 Scorer-Punkte diese Saison. Einfach, einfach stark. Dann hier wieder Kicker. Schöne Bilderreihe zum Durchklicken. Die vielversprechenden Talente der 18 Bundesligisten. Da ist der Trick quasi direkt schon auf dem Thumbnail oben drauf, um wen es da für uns handelt. Nämlich um, ähm, Sanko. Ich switche noch ein bisschen durch, weil ich gerne den Vornamen noch habe. Mohamed Sanko? Ja, Mohamed Sanko. Steht drin. 17 Jahre alt. Zerschießt alles in der U19. Hat es auch schon bei der VfB 2. äh, ein Vierer-Pack geschossen. Also da geht schon einiges. Mal gucken, wann der bei uns auch mal quasi bei den Profis, äh, rein schnuppern darf. Dann hier auch, ne, bunziger Englisch. Twitter-Account. Vataro Endo. 212-Duelle-Saison gewonnen. Das ist, äh, der beste Wert in der kompletten Liga. Und sogar 34 gewonnene Duelle quasi mehr als der zweite Platz. Also Endo eine einfach absolute Maschine. Dann werden wir jetzt ein bisschen, ne, wird uns jetzt begleiten. Und wir haben jetzt wieder bald im Januar, äh, Transferphase. Interessent für Tommy. HSV scheinbar interessiert. Auch wenn man sich da eigentlich nicht mehr als irgendwie eine Leih oder sowas vorschlagen, äh, ähm, vorstellen könnte. Keine Ahnung, ob da wirklich was passiert mit Tommy. Ich meine, vorne bei uns, wisst ihr jetzt auch nicht, wo findet er bei uns seine Rolle vorne. Also du kannst ja gerade keinem irgendwie den Stammplatz wegnehmen. Deswegen, keine Ahnung, wie weit er bei uns eingebracht würde. Sonst wäre HSV ein Move für den, so ein bisschen Ausleihen, ein halbes Jahr. Und wenn sie aussteigen, Kaufflicht und so Geschichten, ne. Wie man es so ein bisschen kennt mit diesen Leih- und Kaufoptionen. Was ja immer mehr zum Trend wird. Da im Vertikalpass auch ein schöner Titel. Eine Mannschaft zum Verlieben. Weil das muss man auch bei dieser Hitzesberger-Debatte und Hitzesberger-Geschichte ein bisschen außen vor lassen. Dass das ja interne Machtspiele sind. Und diese Mannschaft weiterhin, also ich denke mal oder ich hoffe mal, dass die auch von diesen ganzen Sachen sich da irgendwie, dass sie das kalt lässt, ähm, von den Unruhen, von den vermeintlichen, Unruhen, dass es die kein Kalt lässt. Aber das ist ein schöner Artikel zum Lesen von Vertikalpass mal wieder. Immer wieder gute Quelle, immer wieder schöne Texte. Ähm, dass dieser VfB gerade einfach, einfach Spaß macht, ne. Du hast gefühlt kein Saisorspiel gehabt, wo das dir komplett auf den Sack ging, wo der VfB richtig, richtig schlecht war. Hattest du eigentlich nicht, so. Deswegen wirklich ein Verein, wie war es, eine Mannschaft zum Verlieben. Ist es bisher. Ob es der Verein weiterhin ist, wird dieses ganz interne Getue und ja, wie es von den Medien hochgepusht wird und Präsidentschaftskandidatur und so weiter. Das wird das noch ein bisschen zeigen. Aber einer Mannschaft kann man erstmal kein Haar krümmen, wenn man das so formulieren kann. Und dann hier von Sky finde ich fast noch cooler als diese, äh, aus, äh, quasi Wertungen von dieser Bundesliga-Saison. Weil hier geht es wirklich, die Bundesliga-Spieler des Jahres 2020 zum Durchklicken. Quasi immer Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und sowas gemacht. Defensive für Mittelfeldspieler. Und bei, wir warten, bei Stürmer, Platz 3, Silas Wamankituka. Und da geht es ja wirklich um die komplette, um das komplette Bundesliga-Jahr. Und wir waren davon 13 Spieltage oder so haben wir jetzt gespielt. Und das hat einfach einer von uns reingeschafft. Sehr, sehr cooles Zeichen. Dann hier Bericht VfW mittendrin im Khedira-Rennen von Fußballtransfers. Das ist typische Khedira-Gerücht bei uns. Ich glaube kaum, der würde bei uns auch nicht reinpassen. Von Struktur her nicht, von seinem Alter nicht. Der könnte am ehesten noch vielleicht, weil du kannst ja im Endo oder im Mangalak keinen Stammplatz wegnehmen. Wir können sich am ehesten auf die Bank gucken. Wirklich das, durchgesagt das Maskottchen und einfach den alten Herren, der Erfahrung hat, quasi den spiegeln. Und irgendwie in Castro ersetzen oder whatever. Auch wenn du das Ding gerade auch nicht ersetzt brauchst. Also keine Ahnung. Steht jetzt nicht in diesem Artikel drin oder zumindest so halb. Aber es ist jetzt auch quasi ein bisschen so das Update. Dass das schon sehr danach aussieht, dass er eben zu Everton geht, zu seinem alten Trainer Ancelotti und eben seinen Premier League Traum nochmal verwirklicht. Und halt eher nicht zum VfB. Macht glaube ich auch so für alle Seiten ein bisschen mehr Sinn. Dann hier vom Kicker. Auch nur ganz kurze Meldung. Weil Maki Duka ist zurück. Hoffen auf die Davi und Mavropanos. Also Verletzungen werden immer, immer besser. Auch in Tommy ist ja auf dem Weg zurück. Wird immer, immer besser. Dass wir wirklich die komplette Kaderbreite ausnutzen können. Dann hier on this day 2019 VfB internationaler Account auf Twitter. Aber auf Deutsch lässt sich auch einfach übersetzen. Ähm, Matarazzo seit, also heute seit einem Jahr im Amt. 30.12. Da wurde damals ja der Walter an Weihnachten? Ne, ich glaube einen Tag vor Weihnachten rausgeschmissen. Ähm, ein Jahr im Amt. Ich glaube der erste dann seit Wolf, der länger als ein Jahr im Amt ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn das sportlich so weitergeht, dann kann er gerne auch länger bleiben. Also da bin ich nichts dagegen. Dann hier könnt ihr euch auch mal durchlesen. Fünf Bereiche, in denen Matarazzo den VfB vorangebracht hat. Auch sehr interessant. Und dann zeigt er nochmal, dass es bei uns einfach läuft. Kommen wir zu Leipzig. Mal gucken, inwiefern es gegen Leipzig läuft. Ähm, die haben im Pokal gewonnen. Gegen Augsburg 13 und auswärts. Eine lockere Runde durchgespielt, so wie es scheint. Äh, in der Liga auf Platz 3. Sind 10 Punkte vor uns. Wir sind auf Platz 7. Also wir haben 18 Punkte. Leipzig 28. Natürlich auch ein besseres Hoferverhältnis. Sind ja auch völlig andere monetare, beziehungsweise einfach andere Geld- Ähm, Möglichkeiten. Andere Vereinserwartungen auch. Also Leipzig ist schon dicker, dicker, dicker Brocken. Aber schaut hier auswärts. Und Heimtabelle, wenn man das mal immer wieder, äh, vergleicht. Ähm, sind wir in der Heimtabelle auf Platz 15. Und, äh, Leipzig in der Auswärtsabelle auf Platz 5. In der Heimtabelle sind die auf Platz 1 sogar. Also denen scheint es bisher mehr oder minder egal zu sein, wo sie kicken. Also es wird ein sehr, sehr hartes Ding. Samstag 20.30, ne? Weil wir haben ja Neujahr, Freitag, das heißt, das ist kein Spiel. Haben da quasi 15.30 und 18.30 und 20.30. Ich glaube, das ist auch in unserem Spiel dann. Ich habe da schon Bock drauf. Das ist einfach der nächste Härtetest. Mal gucken nach so einer Möchtegern-Pause, also anderthalb Wochen mal Pause, ein bisschen raus. Weil man hat schon auch beim Freiburg-Spiel gemerkt, ob es der VfB war, ob es Freiburg war. Aber die sind K.O., so. Das merkst du. Die gingen auf den letzten Metern jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Deswegen war das Spiel auch so ein langweiliger Kack, weil einfach jeder wieder seinen Tank füllen musste, so. Da war keine Energie mehr da. Das war krass. Ähm, muss ja von unserer Seite auch halt nicht so viel Energie da sein, weil Freiburg jetzt auch nicht so viel gemacht hat. Das war gegen Leipzig anders. Leipzig ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr spielstarke Mannschaft. Champions League weitergekommen, also richtig, richtig stark. Das wird ein hartes Ding. Wir haben jetzt bisher gegen Leipzig noch nicht so oft gespielt, auch zu Hause nicht oft gespielt. Wir haben jetzt, ähm, gehen wir mal hier auf heim, fußballdaten.de, ja, einmal 0-0 gespielt, 2018. Das war damals noch der, ähm, entweder Ergebnis oder der Kaputtmachen-Fußball von, von, ähm, von Korku, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Da haben wir 0-0 gespielt, da war Leipzig ja quasi erst gefühlt 9er Liga fast. Keine Ahnung, seit wann die bei uns in der ersten Liga sind, ist mir auch relativ kackegal, der Verein. Ähm, und dann haben wir halt 1-3 verloren, ne, im Abstiegsjahr war man eigentlich auch nicht so schlecht gegen Leipzig, aber trotzdem. Leipzig ist auswärts stark, sind generell stark, haben besseren Kader, haben bessere Möglichkeiten, haben höhere Ansprüche als wir. Wir sind Heim nicht unbedingt stark, haben jetzt unseren ersten Heimsieg gefeiert, aber halt im Pokal, das zählt ja quasi nicht richtig in die Liga rein, in unsere Heimschwächende Liga, ne, zählt ja nicht mit rein. Also ich wäre da schon nicht abgeneigt, einen Heimsieg mitzunehmen, es wird aber vermutlich nicht passieren. Also, gegen Leipzig verlierst du normalerweise. Maximal holst du mit einer richtig starken Leistung, à la Dortmund, à la München. Was weiß ich alles. München kann man wahrscheinlich auch am ehesten vergleichen, weil die auch zu Hause waren, wo du auch sehr, sehr knapp am Unschieden vorbeigeschrappt wirst. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel werden. Du wirst immer recht gut dabei sein, dich nicht abschlachten lassen, vielleicht auch dein Tor machen. Aber eines Tages einfach wegen der individuellen Klasse gegen Leipzig vielleicht noch verlieren. Wobei Leipzig noch ein bisschen was anderes ist als Bayern. Laut Leipzig hat es doch erst vor kurzem gegen Köln zu Hause so eine Unschieden gespielt. Also du kannst die schon auch so ein bisschen zu einem Ergebnis drücken, zu einem Unschieden drücken. Mal gucken. Vielleicht ist ein Punkt drin, aber man kann erstmal da nicht mit Punkten rechnen, Punkte einplanen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wie gesagt, Quellen sind da, auch fürs Zuschauen. Auf YouTube gibt vermutlich noch die Tage, wie auch immer es halt passt. Weil ich muss mich da auch erstmal ein bisschen reingucken, weil ich da jetzt intern nicht so die Riesenahnung habe. Weil da auch trotzdem, wenn ich da ein extra Video dazu machen sollte, ein bisschen eher noch auf wieder Tweets und sowas eingehen. Community und sowas, auf Twitter und so Geschichten. Und was ich so das allgemeine Gefühl habe, wie so die Lage ist, eben zur Hitzesberger Vogtsache. Ich will vielleicht nochmal ein kurzes Video, weil wie gesagt, wir sind jetzt auch schon wieder bei 16 Minuten. Das ist ja irgendwie hinten dran, an dem Podcast ranzuklatschen. Da, ne. Wenn, dann machen wir irgendwie ein einzelnes Ding zu. Oder es kommt, je nach Entwicklung, in den Podcast nächste Woche, wie auch immer. Aber ich denke erst, dass es irgendwie ein kürzeres einzelnes Video wird, mit ein paar Eindrücken von Twitter, ein paar Eindrücken von mir selber. Genau. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.